Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Überblicksvideo auf weplayhandball.de. Heute die Camper Schuhe für die Saison 2021-2022. Es hat sich ein bisschen was getan und das jetzt hier im Überblick. Fangen wir zunächst mal rechts von euch an. Das sind die Kinderschuhe, da hat sich nichts getan. Es gibt sie als Schnürer mit Klettverschluss für die kleinen Handballerinnen und Handballer. Dort Einstiegsmodelle, preislich sehr attraktiv, auf jeden Fall für den Start zu empfehlen. Dann haben wir die klassische Einteilung in Attack und Wing. Also einmal die stabilen Modelle und einmal die Speedmodelle für euch. Bei den Attack Schuhen, bei den stabilen Schuhen bleiben wir in dem Muster Attack 3, Attack 2, Attack 1 für die Herren. Und es gibt einen neuen Silo, es gibt einen neuen Schuh, den Attack 2.0, den allerdings nur für Frauen. Da gibt es das Downgrade für 80 Euro. Und hier das Topmodel Attack 2.0 Pro für die Frauen für 120 Euro. Auf den Frauenleisten angepasst, wesentlich leichter geworden. Gleiches Matrix-Mesh-Material im Oberfuß, immer noch gute Michelin-Sone mit gutem Grip, guter Dämpfung, gute Stabilität. Ein bisschen femininer geworden im Look & Feel, vor allen Dingen auch in der Passform. Deshalb jetzt auch ein stabiles Topmodell für die Frauen. Bei den Wing Schuhen haben wir ein Downgrade und ein Upgrade. Wir haben das Downgrade, den Wing. Da weiter sehr schmaler Leisten, sehr sehr leicht. Nicht ganz so stabil logischerweise dafür, aber gerade für Außenspielerinnen und Außenspieler ein Top Schuh. Das Downgrade und das Topmodell im neuen Wing Light 2.0. Der Schuh, in dem auch Uwe Gensheimer spielt. Einmal als Frauenvariante in Weiß, als männliche Variante in Schwarz. Sehr leicht, sehr flexibles Mesh-Material. Und auch später eine einzelne Review nochmal im Detail für euch. Das war es ja der Überblick über die Camper Schuhe für die Saison 2021. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns auf den Social Media Kanälen oder bei uns im Support. Wir helfen euch gerne weiter. Bis dahin eine gute Zeit und eine erfolgreiche Saison. gilt für die neue Aussage und Entschlacher! Bis dahin!